Ich bin Serena Parchi und wohne in Gettno. Ich darf eine Umfrage zum Weltfrauentag mitmachen. Für mich ist das ein Tag, wo es darum geht, dass Frauen mit der Gleichberechtigung gleichgestellt sind und dass man das ein bisschen anerkennt und daran denkt. Ich mache nichts Spezielles an diesem Tag. Für mich ist das ein Tag wie der andere. Ich finde, man sollte das Thema jeden Tag selbstverständlich erachten.